Musik Jo, das ist was geht und herzlich willkommen zurück auf dem BKAN Channel. Mein Name ist Harkon und wie ihr schon sehen könnt, sind wir zurück in Kopenhagen für die Blast Fall Groups. Es hat sich wieder sehr viel verändert bei uns. Wir haben einen neuen Spieler im Team und wir haben auch neue Jerseys. Eins davon habe ich schon an, das andere werdet ihr sicher noch in dem Video sehen. Dieses Mal startet unser erstes Spiel tatsächlich erst am Mittwoch. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage Zeit, um uns vorzubereiten. Was wir allerdings auch müssen, denn unser erstes Spiel ist gegen Na'Vi. Die sind aktuell Platz 1 auf der Weltrangliste. Das heißt, es wird ein harter Brocken. Aber wir gehen wie gewohnt erstmal rein in den Media Day. Viel Spaß mit dem Video. Das war bei mir genauso. Gerade beim Rausgehen, ich denke mir so, Alter, das ist Dänemark. Es wird doch kalt werden. Ich gucke schon auf Wetter, also 15 Sekunden. Fahrradfahrt macht so Bock hier. Ich kann kein Fahrradfahrt. Haben die Fahrräder mit Schülsrädern? Ja, das stimmt. Nee, aber E-Bikes ist das selber. Du kriegst so Motor aufs Leiden. Aber ich muss ja gerade machen, kann ich das nicht. Ich wollte ja wieder gucken, Alter. Ich gucke einmal auf Wetter. Ich denke, das ist eh... Boah, das ist halt reingebaut, Alter. Safe. Ich habe genau gesehen, wo du hingemacht hast. Boah, du bist einfach ein König, ne? Oh, 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 oh. Krankenwagen, hier, Schiri, aufs Exit. Ich sag dir zu Karim, du musst nur einen Kopf hören. Kein kommt da. Kein Logitech. Das war eine Fangfrage. Ja, ja. Sprop hin und keiner wartet. Ja, dann mach ich mal jetzt. Das ist minus eine Million Aura gerade. Ich habe gewartet. Stark Flo, Alter. So, noch mal minus Aura. Ja, danke. Wie fühltest du heute? Ich bin gut. Wie geht es dir? Ich bin live, welches ist immer ein Wim. Sie sagt, es ist bar low. Wo bist du von? Switzerland. Switzerland. Und du bist auch von Switzerland, oder? Nein, ich bin Deutschland. Ich kann den deutschen Akzent fühlen. Ja. Okay. Nein. Oh mein Gott, ich habe noch nie gehört. Jetzt hat er meinen neuen Influencer. Ja Alter, wieso? Hast du mitgehört? Nein, er will doch einen Lock machen, oder? Ja, mach einen Lock. Dann ist der nächste. Nächster Part. Wo ich deinen Löffel schreibe. Das ist Top Secret. Ich verpixel. Keine Sorge. Ich stelle schon alles ein für dich. Ach so. Und dann ist es so. John sitzt doch hier. Der braucht noch. Aber aus welchem Engel fühle ich mich nicht? Okay. Ich komme this way. Ich mach meinen Kopf hier so ein. Wie meinst du? Wie das hier aussieht? Nö. Ich fühle mich jetzt einfach ein bisschen. Was machst du denn jetzt so? Wie? Was du jetzt machst? Ehrlich, frag dich. Das läuft. Ich werde jetzt geschminkt. Echt? Ich bin wieder da, ja? Dann sitze ich schon schon lange drauf. Guck, Jan. Du bist so lange drauf. Zwei Minuten. Ja. Klasse Schutz. Na, Mann. Das reicht schon. Ich will noch kurz und so und dann. Ich fühle mich halt die Umgebung. Harkon. Harkon. Mhm. Mhm. Film mal. Sind wir das schon ein Interview machen? Weiß ich nicht. Ey, muss ich irgendwas einstellen? Nee, ne? 4K 60 FPS war's, ne? Ich werde gleich einen neuen Rekord setzen, John. Ich werde gleich einen neuen Rekord setzen, John. Kannst du nicht mehr schminken? Ja. Wenn er schnell nicht fährt. Nee. Andersrum. Heute Morgen aufgewacht bin, indem ich da wieder, dass irgendwas in meinem Gesicht explodiert, Alter. Ja. Wie fühle ich. Aber die will explodiert nicht was anderes. Alter. Warte. 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 Ja. Warte. Harkon ist Michel. Ich habe nicht so viel auf, weil du wirklich, wirklich großartig hast. Ja. Erbräschung. Es ist auch eine Kari. Ja. Also, einfach nur weil du es erwähnt hast, sie hat diese Erbräschung. Wir können es sehr schön machen. Ja. Okay. Also, wenn du nicht mindst, warte zwei Sekunden. Das ist das. Ich nehme dich hier. Interessant. Ja. Es ist sehr lustig. Aber wir haben nur Wein. Also. Oh mein Gott. Ich habe es gewählt, weil ich hier so früh hatte. Und jetzt bin ich da. John's Blonde Flecken. Was will ich? Ich habe gesagt, du musst von deinem blauen Fleck erkunden. Pinball. Pinball. Ja. Ich war sehr stärkisch heute. Alter, jetzt hast du mal ohne Reverse. Ich glaube, es hakt dir, Alter. Du bist Karins Kameramann. Nee, Mann. Ich werde dafür unterbezahlt. Du wirst den Nails auch kommen. Ja. Du bist der Meister. Ja. Aber kein Schema. Alter, wie findest du denn? Es ist besser schräg als gerade. Ja. Was würdest du sein Fan sagen, wenn du schon dabei bist? Es gibt jetzt Special Treatment, muss man gesagt. Special Treatment. Für Special Skin. Ja. 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 Du Scheiße. Mein Baby. Hä? Setz du dich doch. Nein, setz du dich doch. Du kannst mir nicht den Stuhl geben. Du hast mich gerade Rentner genannt. Ere Mann, oder? Hast du Hunger, Bruder? Ein bisschen, aber ich muss schon wieder scheißen. Das kommt nicht aus Video. Da spelt so drin. Junge ich bin über geschminkt, Alter. Ich auch. Die hätten was auf die Lippen gemacht. Mir auch. Hier. Ja. Sie sucht so. Tiso, du hast so nice skin. Hast du dir gesagt? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab dir gesagt, du hast sehr schönes Eis. Du bist so schön. Danke. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ja. Ja, es ist Zeit. Ja. Wir sind bereit? Ja. Es ist gut. Wir hatten ein paar praktische Tage hier. Ja? Ja. Ja, 6 Tage. Jetzt hier 3 Tage. Wie ist dein Deutsch? War es rustig? Ich bin ja, ich war Albanien immer. Ich kann mir vorstellen. Du hast auch eine Medienzeit? Ja man, all day. All day. Nicht mit dir, aber ich werde auf ein paar Interviews. Ich werde auf ein paar Interviews. All right. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Wie geht's? Welche Rekommange? Von der Lokal? Wie ist das? Stark, Alter! Mit den Fingern. Böse. Nice, und du bist fertig. Danke. Das war ein entspannter Media-Tag. Was ein Luxus. Schönst du oder so? Ja, und dann war es hier. Ja, hier auch. Hier geht's, Herr De Castro. Du bist willkommen. Vielen Dank, Sir, ich mag es. Schau, das wird ein perfektes Setup sein. Eine neue Schraube, oder? Das wird ein perfektes Setup sein. Ein perfektes Setup? Okay, ich nehme dich an die Worte, Sir. Okay, neu. So? Soll ich am Tastaturkabel ziehen? Ich hab's einfach verloren. Sieher wussten das. Ich weiß nicht, hier liegt keins. Hast du mich geträumt? Nein. Hä? Natürlich hast du mich geträumt. Warum denn? Weil ich das Tastaturkabel da runtergelegt habe. Nein. Du Hund. Du Hund. Ja. Ja. Das dreht mir schon einen Trip, Alter. Ich dachte. Ich hab's noch mal runtergehalten. Ich vergesse das von dir. Du musst ein paar extra Calories verbrennen. Nur mal dreimal hoch und runter. Du bist aus der Arte ein bisschen. Du bist aus der Arte ein bisschen. Ich hab's gesehen. Du hast das schon. Ich hab's gesehen. Du hast du auch noch. Mach klar. Was mach ich hier, Alter? Sorry, Alter. Kannst du weitergehen? Na klar. Danke, Kaninchen. Ja, ich lieb das so wie alles. Welche Höhe ist Meter? Welche Höhe? Welche Tischhöhe? Welche Tischhöhe Meter ist der? Ich dachte, du redest mit der Maßeinheit Meter. Junge, ich bin überall lost, Alter. 72% ist mein Go-To. 72? 72 cm, ja. Du hast sogar Prozent gesagt. Ja. Mach ich von 100%? Wenn du wüsst, was gerade bei meinem Kopf passiert ist irgendwie. Du sagst einen Meter. Ich denk an einen Meter. 100%. 72 cm, 72%. Das ist gerade bei meinem Kopf passiert, wenn du dich wunderst. Du musst doch dabei reden. Nee, das ist so einfach so mitziehen, weißt du? Mitziehen? Okay, okay. B-Roll quasi. Ja. Ich hab Alex A schon mit mir. Okay, es funktioniert jetzt alles. Jakob ist der Macher, Alter. Warum machst du so viele Pelsjaurs, Alter? Warum machst du so viele Pelsjaurs, Alter? Ja, du kennst das? Oh, die Statist. Ja. Ja. Wenn du so viele Pelsjaurs, hast du so viele Pelsjaurs, oder? Ja. Aufprichs auf. Das ist voll das coole Jersey an, Alter. Klaufachen! Wo kriegt man das? Bei bigclan.gg slash shop. Wie heißt das nochmal? Bigclan-shop? Bigclan.shop? Ja. Das war's? Ja. Das war's. Nur bigclan.shop. Und tisieren, oder? Nee. Das steht doch immer auf unserem Trikost drauf. Da hinten steht doch immer draufstehen. Da steht das auch. Ah, hier. Bigclan.shop. Ja. Wir haben noch einen Film mit dem Handy. Für meine. Ja. 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 Ja.